So Leute! Herzlich Willkommen zurück! Und jetzt finden wir raus, was wir in diesem Raum finden. Bereit? Drei? Zwei? Reingelegt! Okay, also... Das war damals Dads Raum. Ich weiß, dass wir die Börse, die Räbige-Gelder hinterher... Was ist hier passiert? Wir lassen unsere Freunde hinter uns, die Börse unter den Roten... Nein... Weil der Schark nicht... ...dörf's... ...displanned sein. Okay. Ein Fisch, ein Hase... ...dörf's... 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 Okay... Fritid, das ist noch ein Börs... Ah, da... Stop. Was ist das? Rabbit, Snake, Red, Shark. Kannst du aufnehmen? Ah ok, kannst du aufnehmen. Huh? Ich taste das jetzt einfach mal. Scheinbar nicht. Um den Vogel zu retten. Der Hase springt in die Luft. Lässt alle seine Freunde zurück. Die Schlange Ober der Ratte bleibt, wenn er Shark trifft. Lässt das Plan designt. Lässt das Plan designts. Lässt das Plan designts. Gehen die mal gleich weit runter? Ja. Oder? Das müsste überhaupt nichts bewegen. Fast nichts. Muss ich das nach Tiergewichten? Dann wäre die Ratte die leichteste. Schwere als die Ratte ist da hart. Nein nicht. Dann kommt die Schlange. Ja. Der Hase ist dann das schwerste. Kann ich das auf Deutsch bestellen? Ah ja. Language. Display. Deutsch. Auf dem Vogel zu retten sprang der Hase in die Luft und ließ ihm die Freunde zurück zur Schlange. Unterhalb der Ratte blieb da, während der Hai in der Tiefe dieselben Plan erdachte. Was? 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 Ich denke schon. Blu-knees So this is the book that everyone was talking about? A long long time ago there was a creature whose name was... ...for many, many days there was a creature with unknown names. She had always lived alone and not for society. In the only cold night there was a plague and slept for two days. On the third day, she woke up in the dark and was filled with water. Her eyes were lost. The creature ran out of bed and looked for her eyes. But she found it not. She fell and slurped and her knees were blue and taub. Her eyes were dark. Bis heute will ich sie nicht eingestehen und ihre Suche muss fortbestehen. Jetzt nimm dich in Acht vor den Augen und schlafe und schalte das Licht ein, denn wenn du nicht entkommst, dann sind deine eigenen bald sein. Ich fürchte das Licht nutze etwas helles um dich zu schützen. Ah ja. Das ist... Das ist... Das ist... Oh, lol. True story. Das reinpallern? Auch nicht. Das entspannend Was ist das? Oh, ein paar Klubsis. Färser weg, Dachboden zu. Oh. Just gucken, schreibe. Okay. Aber sie sind weg. Okay. Was hast du denn mit dem Pumpen schon etwas ganz anderes? Das Haus fühlt sich wie ein Maze. Ich bin sicher, dass das die Grimma von der Brüder war. in ihrer Diary. Scheinbar nicht. Was ist da? I have a new friend. His name is Blunis. I have a new friend. Blunis. Is this? I have a new friend. Red. Damn. The light protects me. I can't speak with the car. Or what? Alright then. Let's put out the camera. What's the? The door. The door. The door. The door. The door. The door. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm doch! Okay, haben wir jetzt zweimal ausgeschaltet. Ich habe es jetzt näher kommen lassen. Ich habe es jetzt näher kommen lassen. Komm ran, Junge. Der ist Schrott. War das eng? Boah, ich dachte schon, wir müssen wir von vorne anfangen. Ja, geht's hier weiter. Ich werde jetzt hier stehen und warten, bis er reinläuft. Ich gehe jetzt nicht raus. Der catcht uns von hinten dafür. Der catcht uns safe von hinten. Ja. 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 Nein, 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 nein. Nicht mit mir, scheiße. Nein, 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 nein. Wir haben die jetzt alle. Der ist tot. Der andere ist tot. Der Badezimmer ist tot. Okay. Das Collector bleiben auch. Durch das Kinderzimmer. Das sind wir da. Nein, 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 nein. So easy kriegst du mich nicht. Der. Der ist noch nicht tot. Der knüpft sich halt immer mit so Bällen an. Komm jetzt. Ja. Musik wird dramatisch. Ich bin jetzt den ganzen Tag Zeit ab. Warte, 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 warte. Nein. Warum zu früh? Warum zu früh? Verdammt. Ist der jetzt tot oder muss ich das jetzt noch mal machen? Oh bitte, ist er jetzt tot einfach da. Ist das ein... A... A human eye? Ah, danke, ich stehe mit dem Rücken zu hängen. Wenn wir mit raufgehen, dann müssen wir sie noch mit vorne machen. So gut. Okay. Mara. Oh! Oh! Wie geht's? Und er ist... Oh! Oh! WDR 2.0 Da war nichts, ok. Da haben wir glaube ich das erste Hoke gefunden. Sollte. Sollte. Das war's. Das war's. Das Auge ist jetzt weg. Das Auge ist weg. Ich bleibst zu suchen auf sein zweiter Auge und schmeiß es da rein. Oh, scheinbar nicht. Ich brauche mich nur eins. Ich hab's wahrscheinlich nur bei einem machen müssen. Und da gleich wieder? Oh, scheinbar nicht. Da hinten ist keiner. Da konnte ich's rausziehen. Ja, kommt gleich wieder. Ja. 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 War das knapp, heiliger. Oho, war das knapp. Gotcha, bitch. Schuhu. Also noch knapper darf's nicht werden. Hahaha. Huhu. 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 Ja, okay. Er braucht noch ein Auge. Woher neben? Nicht stehlen. Susi, hast du was? Nein. Mit dir rede ich hier nicht mehr. Da ist ja eins. Aber ich krieg das nicht raus, oder was? Habe ich nicht alle abgespielt? Muss ich doch alle abspielen? Oh, ich glaube, da bin ich dran. Drei, zwei, drei. Oh, Mensch. Jetzt wird doch einen zurückgesetzt. Oh, Mensch. Ich bin noch ein bisschen enteiglich. so grandma wasn't sick at all this thing is what really killed her you Oh Gott! Ich kann die Kamera nicht verwenden. Was für eine Scheiße. Oh Gott, ich bin eh überlänger, aber ist egal. Die Folge ist ein bisschen kürzer geworden von daher. Warte, ich komme! Mein Gott, ich bin nicht mehr so fit wie du. Ah, ich höre dich ja. Warte mal, wie der dich hinterher ist, ich muss da dich weg von hier. Du, du! Was für eine Frage. Gut, ich bin nicht mehr so, wie du... Warum muss ich halt nicht hier hochgehen? Ich muss ja sowieso nachlaufen. Ich weiß ja wohl nicht. Sobald die Tür unter mir zogen. Nein. Da war schon. Der soll ich jetzt wissen, oder was? Föne. 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 Ja, Schnauze. Das ist kompletter. Ich würde einfacher gehen, wenn du mich wollen, dass ich raponiert hätte. Föne. 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 Ah, die Asche. Föne. Was macht Yashi jetzt da? Halt's Maul! Als ob ich jetzt mal erkannt... Oh goddammit. Danke für nichts. Ja, ja, hab schon verstanden. Hört's hier kommt zu Staffelfinale. Wir gehen drauf! Oh god... Wie lange spiele ich das Game jetzt? Das ist schon extrem... Haben wir es jetzt geschafft oder? Wir haben es geschafft aber gar nicht, wir sind tot. Und jetzt... Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Da ist das jetzt mit uns oder nicht? Und wir warten und wir warten und wir warten. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Wow, wieder ein Polaroid verschwendet. Weißt du, was die Dinger kosten? Das war's! Ich bin handlungsunfähig jetzt. Das zum Feck. Wow. Echt wow. Mir gefällt's, ich mag's. Echt stark. Richtig, richtig stark. Also wer's sowas gern sieht, wer auch gern spielt, bitte. Viel Spaß. Richtig gut. Die Ressler war teilweise ein bisschen strange. Musste man erst mal drauf kommen. Oh, stark. Sehr stark. Zufrieden. Mich freut's. Oh, gerick. also ich muss sagen ja dann sage ich herzlichen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat teure let's plays werden mehrere werden wieder mehr kommen wieder mehr kommen mehr so phobia habe ich aber habe ich in planung eigentlich einiges ich schaue nur das halbwegs gut ist nicht nur so ein zwei euro schraubt aber auf jeden fall danke fürs zuschauen like da lassen abo da lassen falls euch gefallen hat und noch mehr sehen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten mal ja